Knecht Ruprecht von Theodor Sturm Von draus vom Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so streucht durch den finsteren Tann, da rief's mich mit heller Stimme an. Knecht Ruprecht, rief es. Alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an, das Himmelstor ist aufgetan. Alt und Junge solle nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen fliege ich hinab zu Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden. Ich sprach, oh lieber Herr Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo es eitel gute Kinder hat. Hast dann das Säcklein auch bei dir? Ich sprach, das Säcklein, das ist hier, denn Apfel, Nuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern. Hast denn die Rute auch bei dir? Ich sprach, die Rute, die ist hier, doch für die Kinder nur die Schlechten. Die trifft sie auf den Teil den Rechten. Christkindlein sprach, so ist es recht, so geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draus vom Walde komme ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's hierinnen find, sind's gute Kind, sind's böse Kind. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!